Im Winter Ich backe Weihnachtsplätzchen Ich backe Weihnachtsplätzchen Weihnachtsgebäck Weihnachtsgebäck im Winter Heute gehe ich auf den Weihnachtsmarkt Heute gehe ich auf den Weihnachtsmarkt Heute ist der dritte Advent Heute ist der dritte Advent Der dritte Advent Der dritte Advent Der Weihnachtsmann Der Weihnachtsmann Der Weihnachtsmann Im Winter Das Weihnachtsgeschenk Das Weihnachtsgeschenk Ich habe ein Geschenk bekommen Ich habe ein Geschenk bekommen Im Winter Wir verbringen Weihnachten am Strand Wo bist du an Weihnachten? Im Winter Der Kamin Der Kamin Das Kaminfeuer Das Kaminfeuer Im Winter Der Engel Der Engel Das ist eine Engelsstatue Das ist eine Engelsstatue Im Winter Im Winter Skifahren 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 Wir fahren in die Berge zum Skifahren Wir fahren in die Berge zum Skifahren Skifahren Im Dezember Bald ist Heilig Abend Bald ist Heilig Abend Am 24 Dezember So, Dankeschön! Muito obrigada Que você assistiu ao vídeo Você aprendeu um pouco de alemão Se você quer aprender mais Então, venha no meu curso Aulas gravadas Aulas ao vivo Tem suporte Tarefas diárias Então, muitas coisas Para você aprender muito rápido o alemão So, tschüss, ade, auf Wiedersehen Tchau Até o próximo vídeo Bis zum nächsten vídeo Tchau 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 Tchau